So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentary mit mir und Nils. Und heute machen wir Kill-Duell über eine ganze Runde. Über eine ganze Runde? Habt ihr das gehört? Eine ganze Runde. Und Atman ist gut drauf, Alter. Junge, heute machen wir Kill-Duell über eine ganze Runde. Wie dumm ich das an? Sollen wir bei der Hälfte raus, oder was? Ja, man kann ja auch mehrere Runden. Digga, lass mich einfach runterzählen, okay? 34, 33, 32, 15, 14, 13. Ja, mit was spielst du, Nils? 10, 9. Nils. Ich glaube, ich nehme mal die Vektor zur Abwechslung. 5, 4, 3, 2, 1. Boah, Alter, das war mein Wunsch, einfach mal runterzuzählen. Vor allem, das wird jetzt nicht so langweilig wie in Black Ops 2, wo eh schon klar war, dass ich gewinne, sondern in dem Spiel. Nein, 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 mein Freund. Ist das alles anders? Oh, Nils, da liege ich schon in Führung. Hey Junge, du glaubst mir heute Kill. Oi, 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 Nils, 3, 0. Oi, oi, oi. Ich habe zwei Assists bekommen. Wenn das jetzt auch noch ein Assists ist, ne? Junge, ich rusche hier gerade rum wie so ein Mongol-Lied. Oi, oi, Nils. Junge, sei mal leise da. Ich habe eine Vektor aufgehoben mit ARCOG. Diese Runde entscheidet einfach, wer der Boss ist. Ja, Mann. Oi, oi. So, Digga. Ja, ich finde keinen Gegner mehr. Der sitzt in der Ecke. Digga, du musst überlegen, wenn du stirbst, verlierst du Zeit. Digga. Ja, juckt mich nicht. Ja, das sagst du jetzt. Ich hab gemessert, wo war er. Oh mein Gott. Guck die Killcam nicht an, du verlierst Zeit, Nils. Das geht auch nur um Kills. Vielleicht krieg ich dir auch noch Tipps, Alter. Das geht auch echt nur um Kills. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, das lackt auch ein bisschen bei mir. Ich würde jetzt auch sagen. Wieder Assist, Mann. Nils, wir verlieren B. Ich kriege nur Assists. Tür öffne dich, du Hohensohn. Ja, Mann. Leck. Ich hab vier Kills, Alter. Oh, Nils, ich steh schon 7-0. Was los bei dir, Nils? Halt die Fresse. Oh, Nils, 8-0. Junge, ich bin kein. Wie langweilig ist das denn? Oh, Nils. Der spielt dem psychischen Aspekt aus hier. Mann, Nils. Ich steh schon 10-0, Nils. Du wirst gleich sterben. 11-0, Nils. Oh, du wirst gleich sterben, Digga. Und jetzt 12-0. Du wirst gleich so sterben und dann wird's so schön. Haltet mich zurück. Ey Junge, ich bin so schlecht wie ein Stück Tomate, Alter. Also, ihr seht schon, meine Freunde. Ich spiele immer bei ImpactX Black. Ich hab die Double Live gemacht. Also, ihr merkt schon. Es ist Zeit, die Wahrheit zu sagen. Ein Jahr YouTube, meine Freunde. Irgendwann müssen wir euch die Wahrheit sagen. Heute ist ein jähriges YouTube-Jubiläum. Und deswegen machen wir das KDW natürlich. Ähm, wie verstehst du, Nils? Oh, Nils. Du weißt, Digga, eine Runde, Mann. Ja, ich weiß. Ich find aber hier irgendwie... Also, ich versteh's nicht, Nils. Ich check es nicht. Wieso bin ich denn grad so schlecht? Ich will mir die AK-12 und Tryhardt des Todes sein. Also, ich merke schon, Nils, wie nervös du eigentlich bist. Ja, Mann, bin ich ehrlich. Aber gegen mich zu verlieren, das ist... nicht schlimm. Das ist wie Gewinn. Weißt du, was ich mein? Das ist wie Gewinn, weil ich mit dir spielen darf, meinst du? Genau. Er sitzt im Eck, Mann. Was soll ich denn tun? Ey, Junge, ich hätte schon doppelt so viele Kids wenn unsere Drecksteam-Mates mir nicht alle klauen würden. Ja, Nils, versteh dich. Ich steh zwar 19-3 und du, ähm, Dings... Du stehst... Wie viel stehst du? 11 zu 6. Ja, Nils. Ist okay, weißt du? Die Runde ist ja noch nicht entschieden. Ey, Mann, ich heule gleich. Ja. Oh, bin ich schlecht. Ja, weh, der klaut mir den jetzt auch noch. Ja, dankeschön. Du musst dich einfach beruhigen, Nils. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt ist Feierabend. Jetzt, jetzt, jetzt hat die Glocke geschellt. Ey. Jetzt ist Feierabend. Ey, ich bin geblendet. Da kenn ich nix, oh Tod. Welche Waffe spielst du denn? Verrate ich dir doch nicht, Alter. Ja, doch nicht. Digga, das ist ein Kill-Duell, Mann. Da kann ich dir nur nicht verraten, welche Waffe ich spiele, Alter. Kriegst auch noch diesen Kill da. Ja, klar krieg ich den Kill. Du weißt schon, Digga. Wie sterbe ich denn immer, Mann? Ich check es nicht. Oh mein Gott. Junge, ich schwöre es dir. Das kannst du dir ja später angucken, Digga. Ja, das Ding ist halt, wenn ich jetzt hier mein Heli bekomme. Junge, Mann, ich heule gleich. Oh, Nils, komm, hier. Eine Hilfe für dich. Du weißt. Ey, ich verstehe. Oh mein Gott, haltet mich zurück. Triple, meine Freunde. Junge, ich bin tot, tot, tot. Danach bin ich nochmal tot, um zu sterben. Oh mein Gott, Nils. Was ist denn bei dir los? Alter, haltet mich zurück, Mann. Ey, ich sterbe durch Granaten, Digga. Ich stehe 16 zu 13. Ja, wie stehst du denn 16 zu 13? Ich stehe 32 zu 4. Mach doch einfach mal die Fresse. Haltet mich zurück, Alter. Nein, haltet mich zurück, Alter. Keiner will mich zurückhalten, Mann. Ey, ich schreie, halt's Maul. Ja, ich gucke nicht aus. Ey, ich sterbe 13 zu 0, Nils. 16 zu 14. Digga, der ist der Post, Mann. Oh mein Gott. Ja, ihr merkt schon, meine Freunde, der Nils ist nervös. Meine Mutter. Ja, ihr merkt schon, meine Freunde, da kann ich, da fehlen mir auch die, nicht die Worte, die Wörter. Hört doch einfach mal auf zu labern, ganz ehrlich. Guck mal, Nils, du weißt, Digga, ich bin hier der Boss und keiner kann mich zurückhalten. Du wolltest Kill-Duell, Digga, da hast du's, Mann. Und wer, du fragst mich dann nochmal hier, lass nochmal machen. Wieso nochmal? Nicht, dass du mich hier nochmal fragst, weil du weißt, wer der Boss ist. Ja, wenn du hier gewinnst, dann weiß ich, wer der Boss ist. Genau. Wie viel stehst du, Nils? Warte, ich hab grad immer eine Streak ausnahmsweise. Oh, fuck, Mann, Alter. So, jetzt drehe ich auf. Das wird knapp, Mann, ich seh schon. Jetzt drehe ich auf. Ich seh schon, Digga, du glühst. Jetzt drehe ich auf. Feierabend. Ja, ja, ja. Feierabend. Ähm, Digga, bist du dieser Junkie, der die Türen hier die ganze Zeit zumacht? Nein. Lass das mal, Nils, das behindert mich. Lass das bitte mal in Zukunft, ja? Die Türen zumachen. Ja, das mach ich immer, dass das... Ey, guck mal, da sterb ich, Digga. Ich will, dass die Runde einfach vorbei ist. Ah, Digga, wieso nehm ich nicht Flaggen rein? Weiß ich nicht. Könntest du theoretisch machen, ja. Ah, da bist du ja. Soll ich zusammenziehen, Nils? Das ist nur ein richtig Kills, Alter. Ähm, Nils, bedauere. Bedauere, Nils. Bedauere, Nils, bedauere, Nils, bedauere, Nils, bedauere, Nils. Ja, war schon klar, Digga, aber, Dings. Jetzt finde ich... Wenn du willst, Digga, gerne nochmal. Ja, kein Thema, man. Das ist alles die Psyche, weil du mir so auf den Sack gehst. Ich bin immer für dich da, mein Sonnenschein. Wenn ihr euch auch auf den Sack geht, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich fair gewonnen habe, meine Freunde. Ja, gut, ich habe noch nicht gewonnen. Natürlich habe ich noch nicht gewonnen, du kannst ja auch aufholen, das ist ja schon mal klar. Die Gegner sahen so scheiße aus und kehren mich einfach die ganze Zeit. Die Gegners? Alles klar, Nils, ich merke schon. Junge, Mann, ich werde der Free Fire gefickt und gebombst. 35 scheiß Kids, Mann. Dann mache ich ja mehr, wenn ich... Wenn du Solo spielst, Nils, richtig. Junge, ich habe echt keinen Bock auf 10 Tode. Halt's, Mann, ich habe 100. Scheiße, Mann, 10 Tode schon. Ich habe schon 18. Ganz ehrlich, ich will böse gegen dich gewinnen. Ich will nicht hier... Junge, ich sterbe nur noch gerade, ich spawne, bin tot. Was soll das denn? Das ist bei mir auch so, Mann. Das kann sich ja keiner angucken, Mann. Ey, Junge, ich habe so keinen Aim. Ich spiele wie ein Gelähmter, Mann. Ich spiele wie so ein Vollmongolit. Der gerade das Curve Duty neu bekommen hat. Ja, ich bin eine vor Camp. Ey, die Gegner schlucken aber auch hart viel bei mir. Die auch? Also, allgemein wird das jetzt irgendwie reingepatcht. Also, Nils, du siehst ja im Killfeed, wie ich die Gegner zerstöre. Ich sehe gar keinen Gegner. Ja. Welche Gegner? Welche Gegner? Welche Gegner? Welche Gegner? 48 Kids, was ist denn mit dir, Mann? Oh, Nils. Oh, mein Gott. Soll ich schnell noch die 50 machen? Ich sterbe nur noch. Alles klar, Nils, ich habe 50 Kills jetzt. An deiner Stelle hätte ich jetzt Angst, zu mir zu kommen, weil ich dich dann ausschlitze. Spaß, Mann. Scheiße, die blenden mich, Alter. Junge, das ist eine Drecksrunde. Ich falle auch noch runter. Junge, wir hätten das machen sollen, wo ich eingespielt bin. Beruhig dich, Nils. Also, du zockst hier schon seit Stunden, oder ich? Achso, das ist jetzt die Aus... Ja, das ist jetzt meine Ausrede. Das ist die Ausrede. Ich wusste, Digga, du wirst irgendwas finden. Oh, Mann. 53, 12, meine Freunde. Ja, der Nils steht 42, 22. Ja gut, Nils, du hast die Doppelte, ja, das Doppelte an Toden. Und, ja, da sieht man mal, wer der Buss ist, ne? Nils, ich gebe dir das Schlusswort. Fickt euch alle, Mann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.